Wie viel Sonnenbestrahlung benötigt man, um den Vitamin-D-Spiegel zu erreichen, der mit der niedrigsten Gesamtsterblichkeitsrate verbunden ist? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es hängt ab vom Alter, wie lange man der Sonne ausgesetzt war, der Tageszeit, der Jahreszeit, unserer Größe Hautfarbe sowie der Verwendung von Sonnencreme und davon, wie viel Körperoberfläche der Sonne ausgesetzt war. Sogar in Boston, USA, benötigt es eben nur 10 bis 12 Minuten der Mittagssommersonne ohne Sonnencreme, wenn Sie ein junger, blasser, nackter Kaukasier sind. Aber dann sind Sie braun. Tatsächlich werden Sie etwas rosa. Bedenken Sie, selbst wenn Sie ein alter, weißer Mann sind, der in öffentlichen Anlagen nackt herumsturziert, werden Sie es nicht schaffen. Ich hoffe, Sie werden verstehen, dass es nicht leicht ist, eine Allgemeinregel für eine Sonnenexposition, die notwendig ist, zu geben. Und niedrige Vitamin-D-Spiegel, trotz ausreichender Sonnenexposition, konnten selbst unter den besten Umständen gefunden werden. Junge, halbnackte Skateboarder in Honolulu, meist kaukasischer Abstammung, mit im Durchschnitt 30 Sonnenstunden pro Woche. Ja, 51% erreichten nicht die erforderlichen 30 Nanogramm pro Milliter. Wenn diese Jungen es nicht schaffen, ja, wer denn dann? In unseren Zeiten, auch dann, wenn wir ein Albino-Nudist am Äquator wären, wie oft kommen wir in der Mitte des Tages bei einem Schreibtischjob nach draußen? Wenn wir also wirklich interessiert sind, den Vitamin-D-Spiegel, der mit der niedrigsten Sterblichkeitsrate verknüpft ist, zu erreichen und unser Lebensstil oder Breitengrad ermöglichen es uns nicht, genügend Sonnenexposition zu haben, dann ist es eben erforderlich, Vitamin-D-Ergänzungspräparate einzunehmen. Und die geringen Beigabemengen in Sojamilch, Kuhmilch, Margarine oder Pilzen sind da einfach nicht ausreichend. Musik 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 Musik